Ich bin Gisela, ich habe vor zwölf Jahren Femnet initiiert, weil die Rechte von Frauen in der Textilindustrie, speziell Bangladesch und Indien, mit Füßen getreten werden. Ich wünsche mir, dass wir füreinander, wir Frauen füreinander einstehen, dass die Frauen in Asien würdevoll behandelt werden von den Männern und dass sie endlich einen Lohn bekommen, von dem sie wirklich leben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017